ARD Text im Auftrag von Funk 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 Alter! Von draußen, oder? Nee! Der stand hier! Da hast du einen Ju, der kam vor sich hin, bei der Tür ist gerade einer rausgelaufen Links! Mal gucken, dass der nicht hier reingelaufen kommt Da ist er! Hab noch einen Arx da reingeworfen, er ist gelähmt Ah, ok, bin da Da ist einer Wusste, ich hab was gehört Oh, das wird feiert Wo ist der hingegangen? Oh, bei mir! Ja Oh Gott Ich bin down Ah, da sind drei Ja, einen zweiten hab ich noch gesehen, auf mich geschossen Da drauf Jetzt mal hier rein Bei dir drin ist einer Oh, ja, der hat mich natürlich durch die Tür noch Weil ich gerade schließen wollte anstoßen Ich glaube, hier hier ist ein bisschen Da kommt Das noch ein dritter, da kommt rein Das ist ein anderer Squad, holy shit Ja, richtig, der ist noch ein Squad Ok Den einen Squad hab ich geschafft, aber den anderen nicht mehr Ja Ich fragte mich auch noch, wieso ist da noch einer? Da waren doch gerade eben zwei Wo kommt der jetzt noch her? Also zwei Kills hab ich geschafft, aber das andere Squad hab ich nicht mehr gekriegt Weil du meinst so rein, ich bin dann in das andere Gebäude rein Da war aber auch noch ein Squad Naja, ich hab dann gesagt, hä, wo kommt der her, der dich gerade runtergeschossen hat Und dann bin ich hinter die gelaufen Hab den einen in den Rücken geschossen Und dann auf einmal kommt da noch einer Vor allem hab ich ja die Squad-Meldung bekommen Squad eliminated und ich denk so, hä, warum kommt da jetzt noch einer? Ja Darum bin ich aber sowieso tendenziell gut in den Spielen Dass ich immer fünf Squats auf einmal finde Oh, da vorne war ein Gegner Ja, hab's gesehen Hab einen Von links kommen sie Ah, einen hab ich den Schild down Mich Hammer Ich hab sie abgelenkt, alles gut Ihr war okay Mal gucken, was er hat Ah, nice Erstmal Ein Helm Hast du eine Friedenstifte oder so? Hier ist ein Choke drin Nee, hab ich nicht Jetzt bringe ich nur einen größeren Wuppsen Äh, das sind wieder Gegner Oh, scheiße Oh, scheiße Holy fuckamole Haben die nicht? Nee, noch nicht Leb noch Granate Granate? Hast du eine Ult? Nein Alter Schöne Affe hat der Bede Die Havoc wahrscheinlich Kommst du mir? Einen hab ich gedown Ja Ja Unser Mate ist nicht so praktisch gerade Nee Hast du Heilung? Ja, noch ein bisschen was Ich hab meine Ult, musst du gucken wo ich die Schieß sie einfach da rein, die ist riesig Habe ich Habe ich Okay Dein Ult ist trotzdem nicht verkehrt, jetzt können wir erstmal in Ruhe looten Das ist gut Oh, tut die mir weh? Nee Ich hoffe nicht Nee Irgendein Ult hat einen weh Ähm Hast du ein Phönix-Kit? Das könntest du nehmen, dann hast du alles voll Hier, warte Phönix-Kit, uh Das ist halt Schild und äh HP Instant Da ist ein Gegner für uns Oh Wo? Okay Da war einer Ich wollte nur kurz durchziehen mich zu heilen Deswegen wollte ich nicht schießen Ach, da hast du welche Einer ist da nur Einer Hat auf jeden Fall Hits Von links kommt noch was Na Komm, jetzt guck doch nochmal Oh Oh, der viele Hits Noch einen Hits Hast du Granaten oder so? Hinten ist noch ein anderer Das ist schon wieder mehr als ein Squad, Mann Was ist hier los? Ah Ja Ich hab keine Muni mehr, Alter Äh Hier liegt ja noch genug um alle rum bestimmt Alter Da ist noch einer links Keine Muni mehr Oh Gott Alter Okay, jetzt wird's eng Sechs Ja Sonst wird nichts, ich hab keine Muni mehr Ja Ja Okay Okay Das war einfach zu viel Wieso mahnt er aber schon wieder an? Was ist das? Ich kann hier noch was droppen, so Wenn noch wer ein paar Aufsätze braucht Oh Also Uh Ich glaub das ist nie mit einer krassen Sniper Kann das? Ja Ja Okay Alter, nein Oh, die sind 50.000 Kilometer weg Was hab ich zum Heilen Das ist eigentlich dein Ernst Ich kann den nicht holen Ich geh da gewiss nicht hin Ich geh da nicht hin, Alter Der trifft ja wie die Hölle, ey Ab hier runter Tschüss Was tust du? Komm zurück Ja Oh Gott, ich kann nicht mehr Hüpf hier runter, bitte Ach du Okay, ich rutsch mal weiter, ne Rutsch doch I'm out Die jagen uns, man Ich weiß Ja Ja genau, bitte zu Hier, dass ich selbst ernähreste oder was? Ja Ich darf an kein Fenster vorbeigehen, Alter Oh, das liegt da Könnten die nicht mal hier reinlaufen Ich will mit der Mastiff mal winkeln Wenn ich die schnapp hier Das krasse Ding Das Problem ist, die wissen, dass die Mein Gaskontainer wurde ausgelöst Ja, da werfen die Granaten rein Wie ist das, wir hier drin sind, Mann Die ist da drin Nein Oh, nö Ich werfe Granaten rein Oh, du hast einen Ja, Alter, den einen habe ich sogar noch down bekommen Ich habe aber nichts gesehen da drin auch Wie die uns komplett hinterher gerannt sind Warum ist das mit dir immer so? Ich weiß es nicht Endlich habe ich Zeugen Die mir glauben Warum? Wie viele sind denn jetzt hier? Ich habe keine Muni, ich kann nicht mehr kämpfen Ich habe Muni, okay, aber ich habe eine kack Okay, ich habe zwei Waffen Aber jetzt sind beide Pistolen Also beide scheiße Mosambik, ich wollte keine Mosambik Ja Hauptsache, unser Typ hat einfach drei gekillt Hat er recht? Ja, ich sage ja, der kann was Sehr gut Da Oh, ich habe ihn markiert Ja Ich schieße auf ihn, du machst Der kriegt mich noch Der kriegt mich noch Der kriegt mich noch Er ist hier oben Er hält sich Schild Achso, er hat die Friedenstifter mit Präzisionschock Ist klar, könnte er sich machen Ich komme doch nicht hoch Kletter mal wieder runter Ich habe eine Mosambik Ich habe nur Schrot, weiß nicht Ich konnte nichts auf Fernkampf machen Gott, fucking Hier liegen nur Kackwaffen Das ist doch eine blaue Kiste Aber warte mal Ich wollte gerade sagen, der hat noch Kisten hier Hier liegt noch eine lila Und eine goldene liegt da hinten Friedenstifter Nice, okay Friedenstifter habe ich auch Präzisionschock habe ich auch Jetzt hole ich mir noch die goldene Turbolader, verdammt, kann keiner gebrauchen Deswegen ist der oder drin Nehmen wir die Wingman Packen das weg Das hier weg Das hier weg Das hier weg So, jetzt bin ich halbwegs ausgerüstet Ich habe einen Friedenstifter Und ich habe eine R99 immerhin Habe ich Medikit? Ja, kleiner Wo ist unser Mate? Der ist disconnected Der hat keinen Bock mehr auf uns Mein Job hier ist done Und er ist raus, Alter Da rettet der uns Deswegen lang Das war seine Kiste Das war seine Friedenstifter Die ich da gesammelt habe Oh, lol Der noch so Ach, stimmt Moment, es leuchtet blau Das heißt, da ist ein Job gelandet, oder? Oh, da kommt einer Da kommt einer Gerade Der ist nicht auf der Map eingezeichnet Da sind Gegner Beginn 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 1 1 habe ich Er finde ich mich gerade Ja, kann dich nicht aufhalten gerade Ja, ich habe ihn nur so ein bisschen aufgehalten Er hat es länger gebraucht Hm Penis im grauen Sieht bei uns unfassbar viel Da haben wir Träten in der Zeit Ach, Scheiße! 2 3 3 4 4 5 4 5 5 5 6 8 9 9 5 5 5 5 6 5